Oh, Werbung! Was für eine romantische Szene! Hey, nicht so laut! Willst du mich ärgern oder was? Hey, seid leise! Wir wollen das sehen! Nehmt eure Puppets weg! Juhu! Genug gespielt! Seid ruhig! Alle Ruhestörer werden rausgeschmissen! Und keine Stresslöser mehr im Kino! Verstanden? Challenge angenommen! Abonniert unseren Kanal! Lass dein Like da! Und klickt auf die Glocke! Ich muss mich abreagieren! Du brauchst deine 3D-Brille für diesen Film! Hier, bitte! Hier sind unsere Tickets! Eure 3D-Brillen! Wir haben unsere eigenen! Danke! Okay, kommt rein! Fahrt zur Richtung, Sio! Das ist dein Simpel-Dimpel-Dimension-Film! Hier ist mein Ticket! Was war das? Ups! Genau das brauche ich! Neue Nägel! Hi! Hier ist mein Ticket! Ups! Wie peinlich! Ich heb's auf! Einen Moment! Mit langen Nägeln ist das gar nicht so einfach! Warum dauert das so lange? Der Film fängt gleich an! Entspann dich! Es ist alles in Ordnung! Gut, komm rein! Stresslöser Nägel sind eine tolle Idee! Aber ich muss dann ohne Popcorn auskommen! Wie verstecken wir unser Popcorn? Was ist das? Was hast du da? Ein Stresslöser? Sieht nicht danach aus! Komm rein! Und viel Spaß! Oh, Waffeln! Perfekt! Hi! Hier ist mein Ticket! Was hast du da in der Hand? Komm rein! Sio hat es wieder mal übertrieben! Na, na, na! Was haben wir denn hier? Ein Jahresvorrat an Puppets? Du kannst mich nicht austricksen! Hier ist dein Puppet-Umhang! Zwei Unruhstifter! Hi! Komm rein! Check! Check! Ich hör dich! Oh, ich hab ne Idee! Test! Oh, ist das lustig! Ein neues Walkie-Talkie? Was ist das für eine Antenne? Meine ist praktischer! Ha! Sieh dir meine Antenne an! Warte! Hallo? Stress-Löser-Alarm! Bei-Regelbrecher! Das Walkie-Talkie gehört jetzt mir! Und wer hat jetzt die beste Antenne? Sie empfängt Signale aus dem Weltall! Hier ist mein Ticket! Bist du Prinzessin Mia oder was? Eine Pop-Tub-Frisur? Keine Stress-Löser im Kino! Bye! Eine schwangere Mom! Hast du ein Ticket für dein Baby? Ja, hier! In Babygröße! Komm rein! Und viel Spaß! Oh, ich hab ne super gute Idee! Warte, zukünftige Mom! Warum hast du zwei Bäuche? Ich bekomm Zwillinge! Hier ist das Ultraschall-Bild! Oh, sorry! Darf ich? Was? Das ist ein Simpel-Dimpel! Hier ist dein neugeborener Stress-Löser! Nimm ihn! Und verschwinde! Meine Poppels sind sicher unter dem Hemd! Hi! Oh, wow! Woher hast du diese Muskeln? Dein Ticket? Äh, es war hier irgendwo... Warte! Warum kloppen deine Muskeln? Ah, verstehe! Ich weiß, was hier los ist! Oh, nein! Nicht der rote Knopf! Bye, Poppet Guy! Captain America? Ich hab einen Plan! Wow! Captain America! Ich bin dein größter Fan! Können wir ein Foto machen? Genial! Warte! Komm sofort her! Sieh mal, wer da ist! Darf ich ein Foto machen? Klar! Hier ist das Smartphone! Oh, nur ein Foto von euch beiden? Okay! Wir sind super fotogen! Danke, Cap! Und viel Spaß! Ich hab alles! Oh! Ich hab alles! Das reicht für den ganzen Film! Ich liebe Captain America! Oh! Komm, Fritz! Die sind nicht erlaubt! Die darfst du hier nicht essen! Die darfst du hier nicht essen! Oh! Oh! Schon besser! Danke! Oh, nein! Genieß deine Pommes und den Film! Danke! Aber es ist zu spät! Was ist das? Ein Kopfhörer? Komm rein! Halt! Was hast du da? Was? Pop-Tub ist verboten! Das ist nur mein Kopfhörer! Hier! Hör mal! Boots und Katzen! Boots und Katzen! Dieser Track geht an alle Security-Leute! Du bewaffst diesen Ort! Schluss für heute! Was? Du bist das? Ich weiß, was ich mit euch mache! Game over! Sieh mal, was ich hab! Dieser Kuchen gehört nicht dir! Er ist für den Security-Mitarbeiter! Da sind Poppekerzen drauf! Er wird sich so freuen, dass er gar nichts bemerkt! Hey, toller Plan! Los! Happy Birthday, Security! Komm, wünsch dir was! Seid ihr sicher? Heute ist nicht mein Geburtstag! Naja, egal! Ich wünsche mir eine neue Playstation! Ein iPhone! Ein Auto! Eine Yacht! Ein Jahr lang kostenloses Essen bei McDonalds! Ein Date mit Billie Eilish! Eine Mitgliedschaft bei BTS! Kannst du dich bitte beeilen? Ich wünsche mir einen Einhorn! Und ich würde gern gut in Physik sein! Bist du fertig? Oh, unser genialer Plan! Und ich will Präsident werden! Halt! Schalt dir den Tornado aus! Ups! Ups, sorry! Ups, sorry! Viel Spaß! Komm, Sio! Die Operation Donut beginnt! Hi! Wir sind Polizisten! Hallo, Kollegen! Was ist denn der Schachtel? Unsere Lieblings-Donuts sind da drin! Hmm! Echt schräg! Moment! Was ist das? Ein Dieb! Schnappt ihn euch! Äh, klar! Wir starten die Operation Donut-Attacke! Wir verbinden sie! Und machen ein Lasso! Yeah! Der Verbrecher ist verhaftet! Danke! Dieb, komm mit mir! Wir machen nur unseren Anti-Stress-Job! Oh, mein Puppet! Oh, hi! Willkommen in unserem Anti-Stress-Kino! Stresslöser bewahren uns vor Einbrechern! Jetzt schaut jeder Stress bei Filme! Ein Simpel-Dimpel-Bike! Lass es hier stehen! Wie fandet ihr unser Video? Schreibt uns, wie ihr Stresslöser im Kino verstecken würdet! Wir sind gespannt! Vergesst nicht, uns zu abonnieren! Und lasst auch einen Kommentar da! Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst! Wir freuen uns! Tür보i уш joar! made e90%, wir hören uns vor depositos in mir, of die 사ien zu verlieren! das bin vor него! Vonemaatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmeatmet